Und auf geht's zum zweiten Spiel des Tages. Jetzt treten wir also gegen das Ultimate World Team an. Ich muss sagen, das war mal ein World Team. Mittlerweile sind die ein bisschen umgestellt, weil das Geist so viel gebracht hatte, bei denen die besten Spieler reinzumachen. Irgendwie waren sie dann trotzdem recht schlecht. Und deswegen, ja, also die stehen eigentlich vor allem hinten drin. Und ja, spielt 5-4-1 mit sehr großen Verteidigern und die Mauern einfach gnadenlos. Und dann wollen wir einfach mal schauen, ob wir durchkommen oder nicht. Das ist das erste Mal, dass ich die jetzt bei FIFA 14 sehe. Also lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze ausgeht. Ich habe nicht mal mehr eine Ahnung, wer da jetzt genau drin war. Aber ich habe eine Ahnung davon, dass wir jetzt im Moment erster Platz sind. Durch unseren letzten Sieg haben wir es anscheinend geschafft. Engine Legends sind jetzt Zweiter. Ja, das ist die Aufstellung. Also die sind wirklich weit, weit, weit hinten drin und spielen auf Konter. Und dann, ja, schauen wir mal. Gut, los geht's. Uh, so ein Nachmittagsspiel ist nicht gut. Also wenn ihr das Wetter einstellt, macht entweder Vollsonne und irgendein Stadion ohne Dach. Oder Regen, das ist auch noch besser eigentlich. Und schießt ihr jetzt. Ach. Ah, kann sein, dass hier noch nicht Handspiel eingestellt ist. Das hätte ich noch mal an sollen. Und einfach mal rauf. Oh. Der war ja nicht schlecht. Ich dachte, er geht rein. Schade. Na gut. Mensch, sieht so voll aus da drinnen. Vielleicht kommen wir ja trotzdem gut. Und? Ach so, die haben auch ein neuer. Ja, gut. Der scheint wohl heute mal eine gute Form zu erwischt zu haben. Also, nächster Versuch. Oh, das war ein bisschen nah. Ach, Mensch. Das kommt ja auch echt überall rein jetzt. Versuchen wir es so. Zu plump. Und so. Ach. Mensch, die stehen wirklich gut hinten. Gut, wäre auch traurig, wenn sie es mit neunmal nicht schaffen. Oh, Mist. Jetzt habe ich aus Versehen gedrückt. Oh, ja. Dafür war es nicht schlecht. Also, der Hulk hat es drauf. Ich glaube zumindest, dass der es war. Hm. So. So. Gucken wir mal, ob wir sie verwirren können. Und jetzt lang. Oh, weißt du, wieso stoppst du denn da ab, du Honk? Upsa. Ah. Ich wollte den ehrlich gesagt anschneiden und nicht lupfen. Aber es sah auch ganz nett aus. Bis jetzt. Oh, jetzt machen sie mal hier ein bisschen. Versuchen wir es mal, oder? Hau den jetzt! Na. Ja, hat es wohl geahnt. Na. Och. Schlechte Ballkontrolle. Nein, auf wie zu verscheißen. Schlechte Ballkontrolle. Oh, nicht schlecht. Schlechte Ballkontrolle. Sorry, Mensch, Xavi. Na. Oh. Hier wird doch nicht. Geh weg, Mensch. Sollte nicht auf mein Tor gehen. Och. Na. Also passen können die Jungs. So, müssen wir jetzt. Schade. Meine Jungs auch. Sehr gut. So, so, so. Und jetzt kommt schon. Oh, Hau den! Ach. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut für euch. Oh, jetzt müssen wir uns aber hier anstrengen. Sollts kein Kontertuch machen, Junge. Oh. Na. Oh, jetzt habe ich mich selbst verleidet. Eigentlich hat er schon den Fehler gemacht. Aber ich habe mich noch blöder eingestellt. Nein. Oh, oh. Ah. Puh. Das war knapp. Jetzt aber raus mit dem Ding. Sehr gut. Oh, Mist. Jetzt hat er recht zu lang gewartet. Na gut. Puh. Hey, ich müsste ich das Spiel ja gewinnen, um vorne zu ballen. Wenn die Engine Legends gewinnen, stimmt ihr Spiel. Oh. So, hol die dir jetzt. Ach, näher. Nicht diese Schwarm-intelligent-Spiele. Oh. Jetzt müssen wir hier mal konzentriert spielen. Komm schon. Nicht so hektisch hier. Oh. Halbzeit. Sehr gut. Das wäre bloß dieser Fernschuss rein. Na gut. Na gut. Das war der Hälfte. Jetzt müssen wir aber die drei Punkte noch klar machen. Blöd, dass die auch noch ein neuer haben. Es ist eine große Resilienz, um diesen Tackle zu fahren und zu bleiben. Ach, näher. Einmal zu viel gedrückt. So. Sehr gut. Ah ja. Gut. Los, Hulk. Verreine dich. Ich fühle dich gut hier. Ach, nö. Was machst du denn? Ach, den nehmen wir doch aus hier. Oh. Der neue. Das ist... Ach. Geh weg. Nein, was machst du? Ho, ho, ho. Kein gutes Spiel. Och, Mensch. Ich stehe ja nicht auf Halbprofi, um dann so zu losen. Ja, endlich mal. Was schön ist hier? Ho, 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 ho. So, wird das aber nix mehr. Ich bin so schlecht, ich bestimmt heute noch eine Auswechslung. Ach, komm schon. So. Ja. Jetzt macht den! Ne. Ah, schön. Dafür hab ich die Nathari Road. So, jetzt dürfen sie aber hier nicht... Direkt den Gegenstoß setzen. Nee, geh weg hier. Das ist meine Murmel. Nee, 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 nee. So. Und jetzt lang hier, komm. Ach, schade. Jetzt will ich nicht bremsen sollen. So ein Feder. Das den hol ich mir. Jawoll. Schade. So, jetzt wechsle ich auch mal. Wie sieht's denn aus? Uh, besser als ich dachte. Hm, an der uns ist, naja, gut, wechseln wir ihn lieber aus. Nicht, dass er dann irgendwie kaputt geht. Rango. Oh, komm, bringen wir noch hier... Ach, wen nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir mal Diamanty. Soll er seine Chance bekommen. So. Drei fische Spieler. Oh, ich denke, wir können das wahrscheinlich sagen, dass wir das nicht nur auf die Fingern sehen können. Es ist nicht so viel, um diese beiden Seiten zu spüren. Sieht irgendwie fett aus, der Fabricas. Zumindest im Gesicht. Okay, weiter geht's. Ach, Mensch, ich dachte, ich krieg den jetzt. Wahrscheinlich hab ich mich einfach verschätzt mit dem Laufen. Oh, geh weg da. Das war so anstrengend, dieses Tor zu machen. Oh, los, der läuft schön. Ja. Oh, los, den krieg ich doch, den krieg ich doch. Nein, was? Ich dachte ernsthaft, er kriegt den. Oh, mehr. So, jetzt aber hier. Ah, schön. Jawohl. Und den machst du jetzt aber. Ja. Sehr schön. Ich glaube, das war sein erster Ball-Berührung. So, den Sieg haben wir jetzt in der Tasche. Das spiegle ich auch vorbei. Ach, sehr gut. Den hat er wirklich noch geholt. Den machst du. Oh. Was? Jawohl, nein. Das gibt's nicht. Das klingt hier fast schon hysterisch. Das ist halt ein bewegendes Spiel. Ach, geh weg, Junge. Oh, näher. Mist. Daran hätte ich denken sollen. Find da rüber, all die Lücke, der knillt. Oh, näher. Weg da. Jawohl. Uh, das war nicht gut. Oh, den hast du. Gut. Da kommt doch bestimmt gleich der Abwehr. Ja, den wiederholst du oder was? Ach, ich liebe dieses Spiel. Ah, ja. Sehr schön. Ja, gut. Die Tore wollen immer pluppe und schlechte, aber... ...muss doch pragmatisch sein. So, das kommt doch gleich der Abpfiff. Jawohl. Komm, den... Jetzt darfst du aber nicht abhalten, Schiri. Den machst du jetzt auch noch. Oh! Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte auch, ehrlich gesagt, der Torwart bewegt sich. Aber der war irgendwie gebannt, wie so ein Kanickel vor der Schlange. Ja, beide Jokertreffen. So geht es natürlich auch. Pfff. Sehr schön. Also, zwei Spiele heute gewonnen, das ist gut. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Schaltet ihr ein. Drums performance hier.